Musik Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends Wie ihr seht heute mit einem ganz anderen Thema und nicht am Handy Ja ok, ich bin am Handy, aber mit einem anderen Thema als mit einer anderen Internetseite Und zwar sind wir gerade auf Game Press Nein, ich werde die Seiten jetzt nicht alle 3000 mal verlinken Da oben steht die, links oben ganz groß, fett Hier oben steht Game Press, einfach eingeben Auch in Google, Legends, seid ihr schon drin Wir haben uns hier heute versammelt Nicht, um über Gott zu sprechen, meine lieben Wehrhasen und Wehrhesinnen Nein, wir haben uns hier heute versammelt, um über Charlotte zu sprechen Mich haben sehr viele Leute, so man sagen, zu bombardiert mit Nachrichten Was natürlich vollkommen ok ist, freue ich mich Auf Instagram, Twitter, Discord und sogar ein paar auf Facebook What the fuck Über Charlotte, ich soll mir noch seine Werte angucken Er ist so krass Japp Habe ich auch immer geantwortet, ja, er ist der Oberhammer geworden Aber nur für eine bestimmte Zeit Ihr müsst da ein bisschen aufpassen Ich würde euch von Anfang an schon mal nicht empfehlen Mit Charlotte als erster Kämpfer in den Kampf zu gehen Wartet bitte, bis seine Hauptfähigkeit bereit ist Und er sich in den Super Saiyan 3 verwandeln kann Vorher ist er am Arsch Denn, ihr seht hier gerade auf der Internetseite Auf Level 5000 Mit nur 600% Soul Boost Wir sind aber schon im Spiel bei 700% Deshalb stimmt der Wert hier leider nicht komplett Ist schade Mit 700% hat er 863.000 Sieht man das? Man sieht es 863.000 Beziehungsweise bei dir vielleicht ein bisschen weniger Oder ein bisschen mehr Hängt mich auch damit zu tun Wie viele Titel du im Spiel schon gesammelt hast Auf jeden Fall der Base-Wert müsste sein Bei 860.000 und nicht 813.000 Weil, wie gesagt, hier fehlt Ja, hier fehlt was Wir können nicht die 700% einstellen Die wir im Spiel haben Aber Level 5000 Ihr seht, es ist overall Ein ziemlich beschissener Held Kein Wunder Er ist ja nur Hero Er ist kein Sparking Er ist kein Extreme Dann gibt es noch nicht die Möglichkeit Ihn in den Super Saiyan 1 zu verwandeln Da steigt das Ganze schon mal ein bisschen Aber auch Nicht wirklich hart Finde ich auch cool By the way Im Hintergrund ändert auch das Bild Im Super Saiyan 2 Seht ihr auch hinten Ist geil gemacht Ist es auch noch immer Beschissen Es ist noch immer beschissen Charlotte war schon immer beschissen Und by the way Ich habe ihn auf 5 Sterne eingestellt Das ist das, was wir gerade haben Aber Wir haben ja immer gemeckert Boah Charlotte ist der Titelheld vom Spiel Warum ist der so schlecht? Ich würde gerne mit ihm spielen Und was machen sie mit ihm? Und jetzt haben sie es ein bisschen übertrieben Sie haben es ein bisschen übertrieben Sie haben ihm den Super Saiyan 3 gegeben Und das Ganze ist ein bisschen ausgeartet Denn hier zum Beispiel Sehen wir plötzlich Vom Super Saiyan 2 Knapp eine Million Kampfkraft Katze dreht durch Auf Super Saiyan 3 Mit über 1,3 Millionen Kampfkraft Er hat dadurch Den sechsthöchsten Blast Attack Und den siebthöchsten Strike Attack Im kompletten Spiel Also Nahkampf und Fernkampfangriff Bei mir im Handy zu gucken Sind es gerade Nicht 1,3 14 Millionen Ja 1,3 14 Millionen Sondern 1,369 Wir haben diese wunderschöne Sieht man das? Ne, sieht man nicht Handy, Kamera Leck mich im Arsch Wir haben 1.369.000 Katze hat mir den Ball zugeschubst Auf jeden Fall Ihr seht es Das ist unfassbar Das ist unfassbar viel Und Das Ganze nur bei 5 Sternen Bei 5 Sternen Leute Das Ganze geht ja bis 14 Sterne Wir machen mal aus Spaß Drücken wir hier auf die 14 Sterne Sehen wir 1,5 Millionen Kampfkraft Wenn Charlotte Irgendwann im Spiel Die 14 Sterne erreichen kann Und nicht nur die 5 Die wir jetzt haben Dann hat er 1,5 Millionen Beziehungsweise Mit 700% Soulboost Hat er dann wahrscheinlich 1,6 Millionen What the fuck What the fuck 1,6 Millionen Alter Aber wir sind derzeit Bei 5 Sternen Wie gesagt Trotzdem knapp 1,4 Millionen Das ist eine Hero Karte Und Charlotte Hat zwar Als Lichtheld Keinen Vorteil So wie zum Beispiel Blaue Helden Gegen rote Helden Oder rote Helden Gegen gelbe Kämpfer Und so weiter Ihr wisst was ich meine Ihr seid nicht neu hier Oder wenn doch Können abonnieren Ha Auf jeden Fall Schlimmste Werbung ever Wo war ich jetzt Fuck ich hab's vergessen Auf jeden Fall Eigentlich ist er nur ein Hero Und er ist ein Lichtheld Genau Lichtheld war ich Er hat keinen Vorteil Also wie blau gegen rot Aber er hat keinen Nachteil Grün macht ihm nicht mehr Schaden Gelb, Rot und so weiter Nichts macht ihm mehr Schaden Aber dafür teilt auch er nicht mehr Schaden aus Trotzdem ist es finde ich ein Vorteil Es ist ein Vorteil Wie wenn du einen grünen Helden Gegen den grünen Helden spielst Es passiert einfach nichts mit dem Werteunterschied Finde ich richtig geil Finde ich richtig geil Und die Internetseite Gamepress Hat sich einen Spaß gemacht Ich mache ja öfter mal so Tierlists Videos Was sind die besten Helden Habe ich jetzt länger keins gemacht Denn es hat sich eigentlich nichts geändert Wir warten noch immer auf neue Helden Auf jeden Fall Sie haben den Spaß sich erlaubt Und haben Charlotte Zu den Sparkings reingeworfen Mit seinen Super Saiyan 3 Wo wäre er Im Spiel jetzt Wenn man ihn als Sparking zählen würde Was er jetzt auf jeden Fall ist Ihr seht Die besten Kämpfer Tier Z Da hat Charlotte nicht reingeschafft Warum? Er hat keine Fähigkeit Kein Special Move Irgendwas Was ihn dazu bringt Alleine Zu einer großen Prozent Chance Das Spiel zu gewinnen Das haben nur diese Helden hier Aber Guckt euch das an Er ist bei S-Rang Er ist eingerankt mit Super Saiyan Rose Mit Vegeta Der sich in den Super Saiyan Vermandeln kann Mit Blue Goku Mit Super Baby Mit Vegito Mit Gogeta Er ist auf einer Stufe mit denen Er ist auf einer Stufe Aber was auch hier richtig steht Seine Super Saiyan 3 Transformation Ist einfach unglaublich Und hat ihm verholfen Dadurch Im PvP Richtig krass zu werden Ich habe meinen Kaffee gerade ausgedruckt Scheiße Ich habe mich zu trinken Auf jeden Fall Aber Was auch ich euch gesagt habe Geht nicht mit Charlotte Zuerst in den Kampf Sondern schickt zuerst jemand anderen rein Und erst nach der Zeit Die es braucht Bis sie sich verwandeln kann Ich lese es mal kurz nach Im Spiel Ähm Zehn Zeiteinheiten Also zehn Sekunden Du musst mit mindestens Zehn Sekunden An einem anderen Helden spielen Dann erst Charlotte einwechseln Dann kannst du in Super Saiyan 3 gehen Ohne Probleme Und eben das Ganze geht dann 45 Sekunden Aber davor Und danach Ist Charlotte Gleich beschissen wie vorher Dann hast du trotzdem Die 800.000 Kampfkraft Und nicht die 1,3 Millionen Also da musst du wirklich aufpassen Aber ich finde es verdammt lustig Dass er eben Jetzt so eingerankt wurde Von GamePress Ja ich weiß Das ist nicht die Meinung von jedem Ich teile auch nicht immer Die Meinung von dieser Internetseite Aber im Großen und Ganzen Ist es eine schöne Zusammensammlung Von verschiedenen Quellen Von Reddit und so weiter Ähm Jeder ist eigentlich Ganz okay Mit dem Was GamePress macht Und es wird echt lustig Und ich hätte es auch so gesagt Dass Charlotte auf jeden Fall Bei den besten Kämpfern Jetzt nun dabei ist Aber nur Im Super Saiyan 3 Ähm Wo würde man in ihrem Besten drin spielen Habe ich mir auch Gedanken gemacht Natürlich auch GamePress Aber ich werde auch gleich Meine Gedanken dazu sagen Ähm Die machen das so Die spielen ihn in einem Super Äh in einem Saiyajin Team Was natürlich logisch ist Charlotte ist ein Saiyajin Und Charlotte bufft Saiyajins Da muss er rein Ne Keine Super Saiyajin 1, 2, 3 Das ist nicht alles nicht so wichtig Es geht rein um die Saiyajins Ne Und da haben die halt so ein Team gebaut Mit Super Saiyajin 4 Vegeta Goku Mit ähm LF Legends Limited Ähm Son Goku Mit Legends Limited Son Goku In Super Saiyajin 3 Der rote Goku Mit dem Zenkai Boost Und Charlotte halt drin Das könnte man so spielen Ne Kann man auf jeden Fall machen Finde ich ganz ziemlich geil Aber du kannst doch sagen Jo Sieht ganz gut aus Aber ich würde mir gerne Ein anderes Team bauen Dann kann ich dir diese Internetseite Sehr sehr empfehlen Ähm Ihr seht über mir natürlich Die Internetseite wieder Einfach eingeben In Google zum Beispiel Legends DPZ Space Oder du gibst einfach ein in Google Legends.dpz.space Dann kommst du auf die Seite Die ist ziemlich geil Ich habe jetzt gerade sortiert Nach Tags Kann man raus machen Ähm Und das hier Sind jetzt alle Saiyajins Die auch Saiyajins Buffen Also zum Beispiel Du drückst auf Raditz drauf Ähm Scrolls drunter Bis zu der Z-Fähigkeit Ist hier unten Z-Ability Dann kannst du einstellen Wie hoch hast du deine Z-Ability Ne Und Raditz zum Beispiel Seht ihr Immer nur erhöht er Das maximale Leben Von Saiyajins Deshalb ist in dieser Liste Drinnen Nicht alle in dieser Liste Buffen Saiyajins Direkt von Anfang an Manche buffen erst Saiyajins Ab 5 Sterne Und so weiter Das musst du halt nachgucken Ähm Ist auch bei anderen so Es gibt Helden Die buffen erst ab 5 Sterne Ein Movie Team Erst ab 5 Sterne Super Saiyajin Erst ab 5 Sterne Future Und so weiter Und so weiter Da musst du ein bisschen aufpassen Ein bisschen gucken Auch bei 3 Sterne Gibt es das Und so weiter Und so weiter Auf jeden Fall Kannst du dir hier zum Beispiel Super ein Team bauen Und du sagst zum Beispiel Yo Ich würde gerne mit Kaioken Goku spielen Dazu nehme ich aber rein Ähm Den roten Goku Und so weiter Und so weiter Oder sagst dir Yo Ich nehme ein paar davon Die eben Saiyajins buffen So wie Charlotte natürlich Ähm Und dann nehme ich mir einfach Saiyajins dazu So wie die Seite Gamepresses gemacht hat Dass man hier zum Beispiel Ich zoome mal ein bisschen ran Dass man hier zum Beispiel halt Die zwei Super Saiyajin 4 nimmt Die halt Saiyajins sind Aber keine Saiyajins buffen Ne Das machen nur die hier oben Aber trotzdem Sind es Saiyajins Das heißt die profitieren Von diesen Buffs Ne Also gerne immer natürlich Dein eigenes Team erstellen Du kannst mir auch gerne mal In die Kommentare schreiben Wenn du Charlotte spielst Welches Team nutzt du Schreib mal deine Helden rein Natürlich Charlotte Und die fünf anderen Helden Was spielst du denn für ein Team Würde mich mal sehr interessieren Spielst du vielleicht sogar Das Team hier Kameraschlein weg Spielst du das Team hier Oder hast du dir was anderes gebaut Aus eben den anderen Helden Es gibt ja ein bisschen viel Saiyajins Würde ich mal sagen Ein bisschen viel wie ihr seht Das sind alles Saiyajins Leute Ja wir haben da ganz viele davon Die hier unten nicht Das ist Game of Thrones Aber das hier Sind alles Saiyajins Du hast eine große Auswahl Also natürlich an Helden Und kannst dich aber auch Daran orientieren Wenn du das unbedingt machen willst Jeder hat natürlich Einen freien Willen Und kann tun und lassen Was er will Aber Meine Meinung zu Charlotte Ist auf jeden Fall Erster Oberhammer geworden Wir haben endlich das bekommen Was wir uns so lange gewünscht haben Ich habe sehr oft gemeckert Warum ist Charlotte so schwach Er ist die Hauptfigur von Dragon Ball Legends Er wurde für Dragon Ball Legends Er wurde für das Spiel erschaffen Warum ist der so schwach Und jetzt haben sie einfach mal Übertrieben stark gemacht Was ich hart feiere Endlich wird Charlotte wieder gespielt Ich finde es aber auch geil Du kannst Charlotte ja auch anpassen Mit verschiedenen Outfits Bei mir trägt er zum Beispiel das Broly Outfit Und so weiter Das finde ich einfach geil Es sieht meistens Jeder Charlotte anders aus Im Spiel Weil einer trägt den Rucksack Einer trägt Schwert Einer trägt halt die Uniform Einer trägt die andere Uniform Und so weiter Finde ich ziemlich geil Finde ich ziemlich lustig Muss ich sagen Feiere ich hart Aber echt Wie gesagt Eure Meinung interessieren Spielst du Charlotte Wenn ja Welches Team Bist du froh Dass er nun So extrem stark ist Dass er jetzt mit den Sparkings hier mithalten kann Oder was denkst du darüber Hau mir mal alles gerne in die Kommentare Was du dazu Zu sagen hast Ihr wisst Ich lese mir alles durch Und ja natürlich Könnte ich mich weiter zu bomben Auf Twitter Instagram Discord Und sogar auf Facebook Natürlich Alle Links in der Videobeschreibung Nur nicht Facebook Alle Links in der Videobeschreibung Ich habe auch eine Facebook Seite Mal erstellt By the way Ganz am Anfang Von YouTube Da konnte ich auch Nachrichten beantworten Aber irgendwann wurden das so viele Dass wenn ich auf das Feld drauf drücke Es nicht mehr lädt Facebook ist einfach Bullshit Auf jeden Fall Gerne auf Instagram Twitter oder Discord schreiben Und auf jeden Fall Natürlich eure Meinung In die Kommentare Deswegen sind wir hier Ich find's geil Punkt aus Ende Charlotte ist geil Und schaut auch gerne Bei den anderen Videos vorbei Denn heute kommen sogar noch Sind heute drei Videos Heute am Freitag Drei Videos auf an dem Kanal Dragon Ball Z Kakarot Let's Play geht weiter Es gibt Tutorials Und so weiter Heute kommt sogar ein Leaks Video Glaube ich Alles auf der Endcard Einfach drauf drücken Und Spaß haben Abonnieren nicht vergessen Werdet Wehrhasen Haut rein Und ciao